Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft PvP. Okay, wir spielen heute Brainbow auf dem Timoya-Server. Erstmal fantastischer Start hier am Anfang, gut den Block in der Mitte weggeschossen und dann gleich gepunktet. Nein, da wurden wir getroffen. Scheiße. 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 Bläh. In der Tat. Ja, der Typ wird in den Block kommen, ja. Okay. Ich seh grad keinen Block weit und breit, also 1x1 mit dem Typen hier und das leckt ein bisschen. Bisschen seltsam. Egal. Mal gucken, was wir hier aus der Runde machen können. Ich möchte ein wenig was ansprechen, das ist eigentlich nur ne Nebensache, aber trotzdem möchte ich's gesagt haben. Zum Thema Tech-Shap-Pack. Zum Thema Tech-Shap-Pack möchte ich sagen, dass ich leider keine Rückmeldung von euch in den Kommentaren gefunden habe, finde ich ein bisschen schade. Ich hatte es in der einen Brain-Baur-Runde erwähnt, dass mich eure Meinung zu den Tech-Shap-Packs interessieren würde. Welches Tech-Shap-Pack gefällt denn euch bitte und welches soll ich verwenden, dementsprechend. Aber leider habe ich keine Rückmeldung in den Kommentaren gefunden. Also habe ich beschlossen, das Tech-Shap-Pack selbst zu wählen. Nämlich, dass ich einfach... Alter, diese Hipster-Twitter. Ne, Blockstar-HD war's in dem Fall. Also... Die Grünen hier sind echt geübt mit den, äh, Blöcken. Aber egal. Ey! Ich bin die ganze Zeit mit dem Oberköpfen getötet. So. Zurück zum Thema Tech-Shap-Pack. Wo bekomme ich denn? Sollte ich. Uh, knapp. Ach, scheiße. Oh mein, komm. Ist der Block weg? Hier ist er. Ach, das war dumm von mir, dass ich da dem Kollegen reingerannt bin. Ja. So. Ich bin jetzt wieder vom Tech-Shap-Pack-Thema abgekommen. So. Was ich sagen wollte, ist, dass ich nun das Tech-Shap-Pack selbst auswählen werde. Und wir spielen auch gerade damit. Ähm. Und das hat folgenden Grund, dass ich dieses hier ausgewählt habe. Nämlich bin ich eigentlich, äh, ziemlich gut, äh, bin ich ein Freund vom... Scheiße. Vom... Alter. Vom... Faithful von Vatik. Also, das klassische... Alter, so ein Noob von Bow Spammer. Also, das klassische 32x32 Tech-Shap-Pack von Vatik. Was sehr, ähm, ziemlich einen Default-Skill hat, aber hochauflösender ist. Ich mag das Tech-Shap-Pack sehr. Halla. Ey, das nervt so. Aber... Die Sache hat all den Haken, dass das Rage-Craft Faithful, was ich jetzt gerade verwende, hochauflösender ist. Und... Deshalb habe ich mir, äh, beschlossen, dieses hier, äh, besagtes Tech-Shap-Pack zu nutzen. Da habe ich das Rage-Craft Faithful 64x64 Tech-Shap-Pack vom User, also von Ice-Deal-Your-Ram. So, den haben wir weggecombo-t. Das hätte er gern gehabt. Ja. Okay, einen haben wir. Ach komm. Ja. Und das, äh, das soll jetzt gesagt sein. Schüss, äh... Sehr gut noch. Ist drin. Auch der guter Typ. Hui. Treff bitte. Ja. Der ist drin. Da ist der Nächste. Nein! Na, komm an. Nein, die treffen auch noch. So, haben wir mal abgestorbt. Zack. Ist der Block? Da ist... Da, 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 da! Nein, wer hat denn da schon wieder reingeballert? Also, irgendwie ist das hier der Runde mit ganz vielen Leuten, die Spaß daran haben, Wither-Köpfe abzuschießen. So. Mach ich jetzt da auch mal mit. Ja, wahrscheinlich! Junge, was hat der denn für... Für einen Aim. Was ist das abnormal? Junge, was ging denn bei dem bitte ab? Wo stirbt man? So. Äh... Da ist der Typ wieder. Hat der Kill-Aura? Junge, was hat der denn bitte für eine asoziale riesige Range? Ist echt seltsam. Der Typ ist einfach da oben, ne? Wie hässlich. Nein, Junge! Genau deshalb. Ach, scheiße! Come on, come on! Nein! Nächster! So, der ist drin. Haben wir mal einen Kollegen gesprengt, der da oben im Skorfeld gesessen hat. Junge, was geht denn bitte bei dem ab? Aber ich möchte zwar nicht gleich ihn des Heckens beschuldigen, aber irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. So, den haben wir. Oder ist gleich der nächste? Der ballert mich doch eh! Uh, dat Combo! Äh... Der trifft wahrscheinlich nicht, oder? Oh, der war sogar drin! Wie nice! Ja, er ist drin! Nein! Lass mich! Tschüss! Okay, wo ist der Block? Der... Ein gewisser roter Block? Nein! Der hat aber nicht getroffen, oder? Sollte nicht. Kann der mal bitte sterben? Egal, wir respawnen ja eh und wir haben ein guter Herzen. Rock der hier immer noch irgendwo. Weißt du was, ich port mich mal. Oh Leute, ich hab's geschafft. Wo hab ich nicht damit gerechnet? Wo steckt der Typ bitte? Der muss hier oben sein. Ich hab ihn doch hier gesehen. Okay. Achso, sie sind schon raus. Na Yolo. Dann gehen wir mal hier runter. Was jetzt schlauer gewesen wäre, wäre zu gucken, wo der Block ist und dann an der entsprechenden Stelle runterspringen. Aber Yolo. Sollten wir trotzdem finden. Ah, da ist er ja. Nein! Ausgerechnet jetzt muss ich backen. So. Und der ist drin. Ja. Dann müsste er sich dann auch gleich den nächsten Block hier einfinden. Da. Ist ja direkt wieder hier gespawnt. Hepp. Drin. So. So. Dann haben wir auch gekillt, den komischen Typen da. So. Der ist down. Aber ich auch, weil ich die Poison nicht länger ertragen will. Stört man. Kannst du mal bitte aufhören zu spammen? Komm. Komm, na. Komm. So. Nice. Das. Häpp. Mal den. Nein! Er ist abgeschossen, ob er das trifft möchte. Oh. Okay. Mein Mate hatte einen anderen Block hier. Oh. Nicht getroffen. Wirst du es wohl endlich mal lassen? Okay. Er ist down. Ehh. Ähh. Nice. Shot. Ach. Schade. War nicht drin. Oh. Der Typ hat hundert. Äh. Hatte bestimmt nur noch. Hätte nur noch einen Block. Äh. Einen Hit gebraucht. Ach. Schade. Hat er gefehlt der Typ. Mein Mate. Da treffen die einfach schon wieder ne. Vor allem wir sind in Unterzahl. Und die sind trotzdem noch im Verkacken. Nein. Der kommt so hoch. Mann. Mann. Ey. Er kommt. Nicht so. Scheiße. Doch der war drinnen wie lol. Der kommt. Wann. Wann. Gedreht. Lass mich in Ruhe. Was mach denn? Oh, die haben ja gar nichts mehr. Snipe. Lola verkackt. Komm her. Ja, nice. Topscorer und gewonnen. Ja, gute Runde würde ich mal sagen. Ich denke wir machen noch eine. Wir sehen uns noch einen kurzen Cut wieder. So, da sind wir wieder. Neue Runde. Wir spielen auf der Map-Bomb des Elisys. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ach scheiße. War schlecht. Beide daumen. Den auch noch. Dann kommen wir uns gleich hier erstmal weg. Surprise. Ach scheiße. Hab ich verkackt natürlich. Aber egal. drüben ist der Block, aber den bekomm ich nicht. War pro nicht. Na okay, er ist weg. Aber stimmt, wir sind ja blau. Ich bin auch ganz gewohnt von der letzten Runde. Dann war ich ja rot. Komm an. Was ich an der Map am Anfang nicht immer mag, ist dieses Dach, was so niedrig ist. Da prallen noch öfters einmal die TNT-Blöcke ab, wenn man sie abfallern, äh, ja, abfeuern will. Was mich in Ruhe, bitte. Hättest du wohl so gedacht. Ne, ne. Ohne mich. Das Dumme ist, dass der Block jetzt auch weg ist. Ich hab gehofft vielleicht auch den... Den Ding. Nur den Spieler zu töten. Und der, dass der Block da bleibt. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das möglich ist. Ich glaube nicht. Ah ne, wo sind denn die ganzen Blöcke? Ich blicke hier überhaupt nicht durch auf dieser Map. Ich mag die nicht. Äh... Scheiße. Genau, genau dazwischen. Guck mal hier außen. Er ist tot. Dann packen wir uns mal hier rüber. Ja, nice. Da ist der Block. Der Check-Mix. So. Zack. Endlich mal gescored. Da ist der Nächste. Ja, gut. Ja, genau. Och man. Könnt ihr mal aufhören? Ach, ey. Scheiße. Mann. Ja, wieder genau dazwischen. Ich hasse es. Mal gucken. Hä? Ach so. Okay. Ah, ich hab den Block gesehen. Wo ist er. Wo ist er? War der nicht hier eben gerade? Hä? Wo war der? Ach. Okay. Er ist neu gespawnt. Ich lass meinen Maiden rollen. Ich lass meinen Maiden rollen. Alter, wie er gebaust werden wird. Das ist abnormal. Ach komm. Abstauberei ohne Ende. Das ist doch schrecklich. Weißt du was? Ich baller da jetzt mal mit dem Ding hier rein. Aber erstmal. Treffer. Ah, ich hab den Block geschrottet. Äh, den Spieler geschrottet. Aber den Block nicht. Nein. Wie knapp. Nein. Wie knapp war das denn bitte? Ich hätt eine Sekunde mehr gebraucht und der Block wär drin gewesen. Also TNT. Das dann ist du. Lol. Hä? Alter, ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch wer hier wen schlägt und wer wen gekillt hat und von wo ich geschlagen werde und etc. pp. Hilfe. Alter. Junge. Wo ist der Block? Ich hasse diese Map. Die ist so unübersichtlich. Und. Ja. Ohlalai. Sto. Dann noch da mal rein. Get down. Epp. Dann. Hier ne Übersicht. Aber bis ich den Block gefunden hab, ist er eh wieder respawned woanders. Lass es doch. Alter. Ich hasse das. Ich hasse es. Ich. Ich. Wo ist denn hier? Erstmal töte ich den Typen hier. Scheiße. Ach egal. Ich lass den einfach. Da ist der Block. Da ist der Block. Da ist der Block. Mann, es leckt. Mann, es leckt. Äh. Junge. Es ist abnormal wie es leckt. Es ist. Lol. Was ist das denn bitte? Was ist das? Was? Lol. Server lag. Mega lag. Scheiße. Ich kann kaum jemanden hitten. Was? Es ist. Es ist. Unspielbar. Lol. Was ist denn hier bitte los? Ist das ein Server lag? Ich kapier's nicht. Ah. Ja genau. Bug dich hat er da raus. Es ist so hässlich. Es ist so hässlich auf dieser Map. Vor allem wie es jetzt auch noch. Vor allem wie es jetzt auch noch. Wie auch jetzt auch noch der Server lag. Es ist so hässlich. Es ist so hässlich. Upsa. Okay, es hat sich gelegt, glaube ich. Ne? Keine Ahnung. Gehen wir jetzt einfach mal hier. Hoch. Äh. Ach, come on. Hier rüber. Stirb. Wies. Wies. Wies getrackt. Komm hier rüber. Äh. Ich hasse es. Wo ist denn hier zum... Zum Diable noch eins? Wo ist denn... Ey, dieser Typ regt mich so auf, ne? Jetzt werde ich auch noch abgestaubt. Klar, leck mich. Was soll ich denn noch machen, wenn es so laggt? Ich kann überhaupt nichts machen. Ja, genau. Wie er auch noch Knockback, äh, kein Knockback kriegt durch den Leck und dann auch noch den Block abschießen kann. Und dann... Und dann... Oh, ey. Mir kommt so vor, als wäre er... Und würde ihn grad total verkacken. Aber wir haben einfach die meisten Herzen. Strange. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Stirb, du. Oh, geh doch. Der Typ einfach alleine ist der Peace Master dort drüben. Stirb. Nein! Alter! Ich... Ich raste gleich aus. Uhhh. Ich bin mal getroffen. Es ist so lächerlich, wie manche Leute hier Ball ist beim... Oder es versuchen. Kann sich hier auf dieser Map nicht mal richtig hochporten. So, das ist... Also, das... Das finden als TNT. Ah, ja, Pussy, Alter. Leck mich. Um nicht getötet zu werden, verzieht er sich in die Base, obwohl er fast für live ist. Es ist so lächerlich. Und du stirbst jetzt mal. Alter. Ich finde, es ist total Glückssache, wenn man hier einen Block findet. Ähm. Man kann sich einfach gar nicht richtig hochporten. Und... Man hat hier... Die Map ist einfach total unübersichtlich. Leck mich. Lass mich. Oder so. Hui. Gegen die Decke geportet. Nice. Nein. Leck. Lass mich doch einfach... Oh. Mann, Mann. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Habe ich Päusen. Nochmal getroffen. Wie ist es, Alter? Kann ich mal bitte diese scheiß Päusen loswerden? Okay. Gut gemacht. Jetzt... Geht... 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 Geht keiner zum... Und... Oho! Komm, explodier! Jawoll! Die Tür versteckt sich doch hier irgendwo. Es ist so lächerlich. Also... Hier ist mal... Barrier. Ah. Team Rot gilt also noch als im Spiel. Da ist halt also... Wir wollen mich grad wundern. Äh... Okay. Da ist der Nächste. Dann müssen wir jetzt eben noch die... Dann müssen wir jetzt eben noch die... Scorefait ein wenig füllen. So, damit haben wir gewonnen. Wieso? Wetten, dieser Vance-Craft. Der steckt hier noch irgendwo. So. Dann... Dann geh ich mal um. Ganz ehrlich... Ich hasse das einfach, wenn die Leute auch noch versuchen, sich irgendwo zu verstecken oder so. Dann... Da... Das bringt ihnen einfach nix. Das bringt ihnen einfach nix. Ok, schreibt er. Das bringt ihr ja.... Mona, jetzt inviopi in mein Mundi. Wird auch noch getroffen. Ah, hätte er wohl so gedacht. Oh, nice. Okay, dann war es das von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Abonniert mich gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder in einem anderen wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Juhu, ich hab'n Brain-Bow-Bogen. Achtsack. Tschüss.